Ja, er hatte immer schon eine Kessellippe drauf und weil bei ihm Spaß, Frotzeln, Schadenfreude und Aufziehen eigentlich immer einhergehen mit einem gewissen Charme und einem nie zu übersehenden Augenzwinkern, ist er deswegen wohl auch das geworden, was er ist, nämlich einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Entertainer. Und wenn ich sagte Kessellippe, wissen Sie natürlich schon, wen ich meine, oder? Oder? Guten Morgen, wissen Sie noch nicht? Guten Morgen, liebe Sorgen, jetzt wissen Sie es, genau. Und Friedrich hatte wieder einen Hit, nämlich mit seinem frechen Anschlag auf die Beamteten-Schreibtischtäter. Der Beamten-Rap, Jürgen von der Lippe, Startnummer 1. Es gibt in diesem Land ein Vorurteil. Das Beamtenleben wäre weder cool noch geil. Das ist doch alles, papperlapapp. Denn nur im Büro geht die Post richtig ab. Es geht echt, schnutz, schubididab. Flotsch, zack, Kalenderblatt ab. Hongkong, Uber, schubididoo. Boink, Zoll, Schuppa zu. Viele glauben, der Bürojob wäre nicht schwer. Als ob man nichts empfindet beim Publikumsverkehr. Mit öligem Grinsen fragt ein Mann, ob man den Echel-Echel irgendwas verlängern kann. Manchmal kommen mehrere und schlagen Krach. Die bilden erstmal eine Reihe und üben guten Tag. Und wer's als erster kann, der bekommt ein Formular und nen Termin. Appell, Appell, im nächsten Jahr. Echts, schnutz, schubididab. Flotsch, zack, Kalenderblatt ab. Hongkong, Uber, schubididoo. Boink, Zoll, Schuppa zu. Der Amtmann setzt klug den Flachmann an, damit der Magenbrülps schon mal arbeiten kann. Am Gummibaumfeier vergibt das erste Blatt, laber, füllt's, ob er was Ernstes hat. Unter Wimmerstöhn und herzlichem Applaus drückt sich Fräulein Agnes den letzten Wickel aus. Der Feierabend kommt, der Beamte geht. Lieber viel zu früh, als ein bisschen zu spät. Echts, schnutz, schubididab. Flotsch, zack, Kalenderblatt ab. Hongkong, Uber, schubididoo. Boink, Zoll, Schuppa zu. Echts, schnutz, schubididab. Flotsch, zack, Kalenderblatt ab. Hongkong, Uber, schubididoo. Boink, Zoll, Schuppa zu. Ähm, Entschuldigung? Ja? Sie haben aber viele Fliegen hier in Ihrer Amtsstube. Hm, 78. Echts, schnutz, schubididab. Flotsch, zack, Kalenderblatt ab. Hongkong, Uber, schubididoo. Boink, Zoll, Schuppa zu. Echts, schnutz, schubididab. Flotsch, zack, Kalenderblatt ab. Hongkong, Uber, schubididoo. Boink, Zoll, Schuppa zu. Echts, schnutz, schubididab. Also ich hätte ja Angst, wenn ich du wäre, in irgendein Büro noch zu gehen. Ich würde ja, ich hätte ja Angst, dass der Beamte mich von hinten mit dem Bleistift erschießt. Oder meinst du, die sind dazu noch auch zu lethargisch? Das ist des Beamtenbundes, aber das ist ja kein Lied gegen, sondern für Beamte. Ach nee, das erklär mal. Beamte sind die perfekten Ehemänner. Komm abends aus, geschlafen nach Hause und dann die Zeitung schon gelesen. Jürgen, lass dich mal weiter arbeiten. Tschüss, danke dir, tschüss.